so hallöchen und herzlich willkommen zu annas quest aus dem hause dedelig bis jetzt das neueste was auf dem stande ist und wann kam es dann 2. juli glaube ich gut wir haben jetzt ende juli was soll's egal vielen dank an dedelig dass ich das spiel hier übrigens überhaupt spielen darf ich war mal in den einstellungen full hd und so weiter ton ich hoffe der ton stimmt ansonsten wird das nächste folge anders da werde ich dann den ton noch ein bisschen feiner abmischen dass ich habe jetzt schon zwei drei test aufnahmen gemacht hier im menü aber da kann man das noch nicht so ganz raus sein also man muss da schon spielen gut das problem ist ich zeige euch das mal ganz kurz hier zack bämm so ich habe hier oben deutsch gesucht geht gar nicht denn die audio ausgabe des spiels ist leider auf englisch und dafür haben wir aber deutsche untertitel also ihr müsst da bisher lesen leider tut mir leid ansonsten mal gucken wie ich mit dem englischen zurechtkomme ich bin sowieso englisch zu eine nulpe einfach mal gucken wie ich mich mache auf alle fälle wir starten mal ein neues spiel denn wir haben ja noch keinen spielstand oder ja klicken wir mal drauf wähle ein kapitel ja eigentlich das erste hier oder wie viel kapitel gibt es denn ach ja gut kapitel 1 kleines experiment ach so geht man die 1 sehr gut dann ja gut kapitelauswahl ein kleines experiment das war schon Anna 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 there you are Anna it's already growing dark you know how I feel about you being out at night grandpa I'm fine I was just finishing the chores around the farm oh my dear you needn't do so much come inside rest it's fine grandpa I like helping out around the house I'm not so little anymore you know yes quite right quite right and I was thinking well maybe maybe next week instead of you I can go sell our crops in the village no 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 that is for me and me alone I'm sorry my dear it's just the things that are out there promise me you won't ever venture out into those woods I I promise good good and when I do go you must always remember however near or far we may be in our hearts we carry our family oh ich mag die Anna das merke ich jetzt schon die ist voll süß this is a tale that began in a number of places as many often do it began once with two sisters in a far away school where children were cruel and misunderstood all the same today however it begins in a deep dark wood where a very special girl indeed was about to begin a long and perilous journey once upon a time there was a girl named Anna who lived with her grandfather in a deep dark wood he told her of all the evils that lurked outside the safety of their humble farm and warned her never to venture far one night however the grandfather grew suddenly ill yet he insisted Anna promise not to enter those woods her love for him was so strong that she could not and at once set out on her ill-fated quest for a cure the brave girl traveled cautiously into those woods wary of all the stories her grandfather had told her careful as she was however a wicked old witch filled with the most evil of intent followed her from dark and foggy shadow the old woman snatched the girl away and in the darkest corner of those cursed woods she locked her in a great tower the witch you see had plans for the girl but the girl had an unwavering determination to save her beloved grandpa oh grandpa what have I got myself into if if only I had listened to you then no I can't think like that grandpa needs me I have to find a way to help him that's it I don't know how I'll do it but no matter what I have to find an escape Anna ah did you say something before? who were you talking to? oh uh just talking to myself I guess hmm well stop it it's weird and come closer I've told you a thousand times I can't hear you properly over there Schultafel Schaltfläche Schultafel ah keine Schule am oberen rechten Bildschirmrand um die Tutorial Nachrichten nochmal anzuzeigen Anna wurde gebeten näher zu kommen durch klicken auf irgendeinen Punkt auf dem Boden kannst du Anna bewegen versuch's mal bewege Anna näher an die Tür heran was ist eigentlich das hier Maschine das sieht ganz ehrlich das Ding sieht aus wie wie ein biologischer ratten embryonen Prozessor was okay gut bevor ich da hingehe wir gucken mal Kamera Vorhänge Fenster Stofftiere Kiste Bett Lautsprecher verschiedenes Malzeugs Malsachen ach ich find das sausüß gezeichnet und die Stimme von Anna oh knoffig durch irgendein klicken auf den Boden so Anna wie sind Sie diese Nacht? Müde hungrig ich ich muss zurück nach Hause Müde hungrig ich 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 muss zurück nach hause ich bin müde hungrig Ah, exercise. Yes, exercise. Exercise? See your nice red chair over there? I need you to go on and sit in it. Um, what exactly is this exercise? Just do as I say. Uh, that is to say, come along, dear. Nothing to be afraid of. Be a good girl and sit in the chair now. Äh, ich glaube, je mehr würde der nicht das machen, was wir, was wir sollen, ich glaube, desto eher tickt die aus. Die platzt irgendwann. Stuhl. Es ist eine sehr kompfe Stuhl. Ich würde es mehr benutzen, wenn es nicht für die schrecklich looking Maschine hängen über sie. Okay, also die Sachen angucken können wir uns auch. Ich weiß nicht, ob ich das vorher mal machen soll. Kopfbedeckung? Unter einem Stuhl und dahinter steht eine fette Maschine, die will uns das Gehirn raussaugen. Ich seh's schon. Eine fette Maschine. Stunden Spaß. Naja. So soft and smooth. Ich bin nicht sicher, was sie sind. Aber sie fühlen sich so nett. Benutzt sie doch als Decke. Das ist das Wäschchenhaus da draußen auf der Höhle. Sie müsste diese Tauere haben, nur für diese Überschüsse. Ah ja. All diese schaffte Tiere sind so adorabel. Ich bin sicher, dass die alte Wäschchen sie liebt, für diesen fayerischen Grund. Alter, das ist so knuffig. Kiste. Die Wäschchen sagt mir, dass sie es umsetzen wird, wenn ich ihre Überschüsse completee. Ich bin nicht wirklich über die Tauere, aber ich will nur noch meinen Vater wieder sehen. Oh, diese Stimme, ey. Ich finde die so süß. Das ist ja voll NSA-like hier. Das ist wie die alte Wäschchen mit mir aus ihrem Haus spricht. Ich denke, es ist auch so, wie sie mich auch hört. Die Wäschchen hält mich auch. Die Wäschchen hält sie immer locket. Ich könnte es falsch sein, aber ich habe das Gefühl, dass die Wäschchen diese Matrice aus Holz gemacht hat. Every morning I wake up with Splinteres. I have to say, these are pretty fun. The witch did all right with these. That's a very, very shiny horn you have there Mr. Unicorn. And a little sharp and pointy too. Vielleicht können wir damit die Hexe aufspießen. Ich glaube, das kleine Mädchen hat dieselbe Idee wie ich. Das Ding war da, bevor ich hier überhaupt gekommen bin. Das wirklich, wirklich freut mich aus. Was ein groß... Ah ja. Was ein großartiger Tettbeer. Den schenke ich meiner Freundin. So. Äh, da. Maschine. Das Ding ist einfach immer und immer und immer. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, aber es ist sehr... ...hypnotisch. Ich bin trotzdem nicht sicher, was das für. Ich wundere. Vielleicht, wenn ich einen näheren Blick habe. Nein. Nein, ich sollte nicht. Das Ding scheint gefährlich. Vielleicht sollte ich es einfach alleine lassen. Gut. Sehr gut. Sehr gut. All right. Stay very still now, Anna. Now hopp up, Anna. Quickly now. So tell me. Do you feel... ...different? Somehow different in your head, perhaps? Actually... Yeah, I kind of do. I feel kind of... ...kind of... ...kind of... ...sick. And dizzy. Those lights were really intense. Oh, curse you, child. ...that should have brought out your powers. Ähm... Ah! Oh, Gott. Äh, meine was? Meine what? It's your telekinesis. Show it to me. Telekinese? Telekinase. Hat... Hat Anna vielleicht besondere Fähigkeiten, die die Hexe haben will? Tella what? I know you have it. I've seen it. If he has it, then you must have it. I'm sorry. I really don't know what you mean. I don't have any... ...powers. Hmm. This may be harder than I first thought. All right. All right. Go and pick up your spoon. Uh... No, that's okay. I'm not really that hungry. No, not to eat! Pick it up. Hold it out. And then think about nothing... ...except the spoon bending. Well? Come on, child. This seems rather silly. I think the witch's patience is running out. I better just do as she says. Ach ja. Um den Löffel aufzunehmen, musst du ihn erstmal finden. Der hängt da in der Suppe. Eine Hilfe, um interessante Orte zu finden, ist die Hotspot-Taste. Ich denke mal, die Leertaste wird das sein. Mit ihr werden alle interaktiven Objekte einer Szene hervorgehoben. Hälte hierzu die Maus... Ah. Die Maus-Rad-Taste oder... Äh, die Leertaste gedrückt. Ja, gut. Gut, das machen wir nochmal. Blub! Ah, ja. Und ich sehe... Oh, eine Schere. Die haben wir noch gar nicht... Oh. Du solltest dir Objekte ansehen, bevor du sie aufhebst. Probiere mal einen Rechtsklick auf die Suppe mit Löffel. Löffel. Und benutze den Ansehen-Befehl. Das funktioniert auch mit anderen Charakteren. Ja, gut. Das haben wir eben schon fleißig ausprobiert. Ja, gut. Das haben wir eben schon fleißig ausprobiert. Ich glaube, die Löffel hat nicht viel Gehäuse für Kinder und Sicherheit. Nur schauen Sie mich an, das erinnert mich an der Gunk, die die Löffel hat mir. Bleh. Kuchen ist natürlich nicht eine der Löffel-Specialitäten. Geh Interaktion und hebe ihn auf. Gott, was für Wörter. Hab wie viel Jahren ist das Spiel? So. Jeder Gegenstand, den du aufsummelst, wird im Inventar abgelegt. Auf das Inventar kannst du durch I oder Drehen des Mausrades zugreifen. Na, dann nehme ich das Mausrad, wa? Ach, wie schön. Anna hat eine besondere Fähigkeit. Tedikinese. Sag ich doch. Diese hilft dir, entfernte Objekte zu benutzen oder zu manipulieren. Um Anna's Tedikinese zu aktivieren, benutze das Gehirn-Icon Bleh. Gruselig. Am unteren Rand des Bildschirms. Um die Tedikinese auf den Löffel anzuwenden, aktiviere die Kraft und interagiere dann mit dem Löffel. Tedikinese, Löffel. Konzentriere auf der Bindung der Löffel. All right, then. Here goes nothing. I don't believe it. What? What did you say? What happened? I bent the spoon? I bent the spoon? Wow! Come closer, child. I can't hear you. It worked. It actually worked. I bent the spoon. Show it to me. Hold it to the camera. Also, die Alte ist echt scharf auf unsere Telekinese. Anna kann einen Gegenstand in die Hand nehmen und dann mit anderen Objekten interagieren. Nimm den verbogenen Löffel durch einen Klick im Inventar auf und schließe das Inventar, indem du ihn aus dem Inventar bewegst. Dem Buch. In Klammern. Halte den Löffel in die Kamera, indem du sie mit dem Löffel anklickst. Kamera. See? Look. Ich habe wirklich geschafft. Ja. 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 Hahaha! Finally, it's mine! All mine! Hahaha! Hahaha! Uh... Oh... Uh oh... Oh... But I still have so many things to do... So many things to prepare... Anna, don't go anywhere! Um... But... There isn't anywhere to go! Yes, good girl, good girl! Hahaha! The day has come at last! I can't help but feel a little uneasy about this... Whatever the witch is planning, it can't be good! Oh no! Oh no! What? Oha! Sieht aus, als wenn der Teddy sprechen kann! Das wird ja immer gruseliger! Jetzt will man da auch noch... Versuch mal ein Gespräch mit ihm anzufangen! Klicke den Teddy an und werde den Sprechenbefehl! Oh Teddy! Ähm... Hallo? Ist jemand da? Äh... Hallo? Ah! 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 Hm! js No one. Just myself. Again. Anna, really? I wish you'd quit doing that already. You're distracting me. Hello? Who are you? Oh, I'm... 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 Bear? Bear? Oh, wait. That's not right. Ben... Ben? Bern... Bershon? Oh, wait. Yes. It's Ben. It's Ben. Wow. I remember it. You... have trouble remembering things? Oh, yeah. Everything from before. I wasn't always like this. Ben! What did you mean, not always like this? Oh, I'm really like you, Anna. You're... a girl? No! Oh, yuck! I'm not a girl, silly. I'm a boy. Well, I was a boy. When that old woman first brought me here. Bist du verhext? Also, die Hexe. Sie hat dir das angetan. So, the witch. She did this to you? Turned you into a... teddy bear? Aha. I... I... I think something went wrong. She screamed and said witchcraft was stupid and... and... I was so scared. So, I sat here and tried to stay as still and quiet as possible. Gee, Ben. That's awful. I'm sorry. Yeah, come, Ben. Wir helfen dir. Wie lange bist du schon hier? Oh, I'm... I'm not really sure, but it sure feels like a long time. A very, very long time. I tell you, I was so happy when you came, Anna. Finally a friend. Are you... Did you say you're gonna escape? Shh. Not so loud. This isn't happening. What isn't happening, Anna? This. Me... Talking to you. Isn't it? I'm not sure. I suppose it is. I... I think it is, Anna. What were you getting so worried about before? Oh, Anna. This is bad. Why? What is she planning? Well... I'm not sure, but it's bad. It's very bad. Just look at what she's done to me. And with that power of yours, she wants to take it from you somehow. I'm sure of it. Uh... Yeah, good. We're going to die. We're going to die. We're going to die. We're going to die. Anna. I knew it. Oh, but... Um... How are we going to escape, Anna? I'm not sure yet. I'm starting to think, though... This power of mine. Oh, yeah. I saw that. That's amazing. You are so clever. Yes. Well, I guess I can bend spoons now, but it doesn't seem strong enough to do anything useful. If I could try that machine again, maybe I could make it stronger and... Oh, no, Anna. You can't. It's too dangerous. It's all covered in cables. And lights. And... And... And machine things. Okay. Okay. Let me think about this. That blue light in the headgear thing... That's what seemed to bring this telekinesis out. So then... Perhaps there's a way of removing that from the rest of the machine. Or perhaps there's a way of controlling it from in here? Oh, Anna. You really are so smart. Uh... But... How are you gonna do that, Anna? I'll... Figure it out. Okay. I'm going to keep... Oh, this is so exciting. You always stop. You always stop. You always stop. No dog is calling. You don't stop. No animal is calling, you'll take a seat and then get 70.000 news on the back. I... Aaaaah. Nerv. Ha. Where's Valium? Ne. So. Yes. F Sean, okay. The machinery, okay. Mm. Yes. Let's see. Most of these things here are just lights, but on the bottom half there seems to be more buttons kind of stuff they're protected by some kind of cover though that means the wish didn't want me using them Ich nehme das als ein gutes Zeichen. Ah, meine Maus ist gleich leer. Was ist denn los heute? Moment, ich muss mal gerade... ...Akku wechseln. So, Ladestation, Akku rinnen, alten Akku ran. Zack, der ladet. So, Maus. Ah, super. So, ich hoffe, das klappt jetzt auch. So, verbogener Löffel. Äh, können wir hier noch mehr aufheben? Hm, Farbe. Ah ja, Wachsmalstift, gelbe Farbe. Können wir den auch verbiegen? Okay, mal gucken, was wir hier noch nehmen können. Die Schere. Ah ja, die Suppe. Äh, nein, danke. Ich meine nicht, dass ich ungratetisch bin. Aber ich glaube, ich sah es früher. Äh, äh... Hm, den Stock, wir haben doch eine Schere. Na, ich glaube, wenn du einem echten Einhorn das Horn abschneidest... Naja. Oh, ist das traurig. Alter, wir nehmen hier das Einhorn auseinander. Ich glaube, Mr. Unicorn hat für einen Tag genug gehabt. Ach, vielleicht noch so ein paar Augen oder so. Puppe. Das Ding schreckt mich genug, wie es ist. Ich will nicht anfangen, zu denken, zu sprechen und zu leben. Hm, können wir vielleicht ein Bärtchen malen? Ja. Nein, das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert nicht. Äh, nein. Ich glaube nicht, dass das helfen wird. Nein, er ist zu süß. Ich mag ihn, wie er ist. Nein, er ist zu süß. Ich mag ihn, wie er ist. Äh, ich bin nicht sicher, was gut das tun würde. Wenn sie mich mit dem Sprecher verletzt hat, dann würde die alte Kirche hier in ihrer Rage kommen. Ich will wirklich nicht, dass das passieren. Wenn ich etwas auf die Kamera schiebe, könnte sie es überraschen und mich überraschen. Dann würde die alte Kirche hier in ihrer Rage kommen. Vorhänge. Na gut. Ball. Na gut. Ich könnte es einfach abholen, bevor ich das versuche. Ach, was ein Tipp. Plopp. Anna kann versuchen, Gegenstände in ihrem Inventar zu kombinieren, in dem sie miteinander benutzt. Öffne das Inventar, wähle die Schere aus und benutze sie mit dem Ball. Das machen wir gleich. Ich will nur noch ein paar Sachen hier. Man kann ja so schön alles mit allem kombinieren. Das muss nicht gelb sein. Nein, das funktioniert nicht. Hm, ich denke, dass ich das verlassen werde. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich denke nicht, dass ich es über das benutzen sollte. Das ist alles so Bastelzeugs. Ich habe irgendwie das Gefühl, als müssten wir uns selbst zusammenbasteln irgendwie. Nein, sie ist immer geschlossen. Jeeze, sie ist stärker, als es erscheint. Hm, vielleicht musst du mit der Kraft der Liebe sie öffnen. So, können wir mit der Schere in der Maschine rumfummeln. Aha! Das ist vielleicht ein bisschen spitzes genug, dass sie unter der Koffer ausbrechen und es ausbrechen. Mal sehen. Hm. Nein. Die Schere sind ein bisschen zu dick, um unter der Koffer zu kommen. Das ist eine gute Idee, aber. Ist da noch etwas anderes, das mehr als ein Punkt an sie hat? Hm, etwas spitzeres. Ja gut, das Einhorn hier. Aha! Das ist vielleicht ein Punkt genug, um unter der Koffer zu kommen und es ausbrechen. Mal sehen. Mal sehen. Mr. Unicorns Horn! Es wurde alles zackt und zackt. Ich denke, dass ich wirklich nicht mehr brauche. Okay. Mal sehen. Mal sehen. Buttons, Buttons, Buttons. Mal sehen. Mal sehen, was sie sind oder was sie sind. Hm. Äh. Fingers crossed, I guess. Eh. Oh! Anna, Anna? Are you okay? Yeah. Yeah, I'm fine. But look, Ben. That bit there. That's the glowing bit. Those blue light bits seem to be glowing more now that it's disconnected, too. So, maybe if I try it now... Ah, Anna. That sounds good. About it glowing and everything. But I'm not so sure you should pick that up. It does seem rather... sparky, doesn't it? Hmm. Maybe there's something I can use to pick it up safely, though. Deshalb der Ball. Yeah, that could work. Ach, wie schön. Die gleiche Überlegung wie bei Rufus. So, halber Ball. Elektrisches Gerät. This rubber should make it safe to pick up. I hope... I have to say... Even after doing all that... Even if I can pick it up... Should I really be putting something like this on my head? Grandpa... I know you tell me not to ever do something as crazy as this. If it means getting back to him, though... I have to try. Here goes nothing, I suppose. I have to try. I just... I think I can't... I have to try. I have to try. I can't do anything... I can't do anything... I have to try. I have to try. Ah, du siehst. Was machst du dort, Kind? Ich war einfach... Was sagst du? Anna, nicht auf mich schlafen. Ich weiß nicht, was du da bist. Aber erinnere dich. Ich bin auf dich. Ich kann dir sagen, kleine Mädchen, was du da bist, du wirst es vergleichen. Okay. Können wir die Kamera verbieten? Das ist es. Wenn ich mit dem Sprecher schlafen kann, vielleicht leckere ich die Kamera, dann könnte sie nicht sehen oder zuhören. Okay. Hier geht nichts. Jawoll! Oh, oh. Das war etwas mehr, als ich wollte. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Sie wird so schlafen an uns, Anna. Diesmal, Ben. Du bist sehr richtig daran. Ich glaube, ich sehe sie jetzt. Sie kommt, Anna. Sie kommt! Es ist zu late, um sie zu beschäftigen. Wir müssen hier raus, schnell! Oh, ja, Anna. Dein Kraft! Hör! Ich will noch die Knippe drücken, gerne. Achso, haben wir schon. Na gut. Äh... Ah... Tür auf? Jackpot! Endlich ist die Tür offen und kann er... Und kann er... Anna kann entkommen. Du kannst den Raum verlassen, indem du... Äh... Äh... Verlesen... Huch! Drastischer Musikwechsel. Das ging ja schnell. Äh... Indem du auf die Ausgangspfeile klickst, um eine Szene sofort zu verlassen, benutzt ein Doppelklick. Ich will den Bär mitnehmen. Du hast es getan, Anna! Schaut, lass uns gehen! Ja, komm mit! Alter! Gut, die Hexe ist auf dem Weg, aber bevor wir da reingehen, mach ich mal einen Aufnahmekut. Wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr. So, das war die allererste Folge von Annas Quest. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Äh... Wie du siehst, verschiedene Links, die sind alle unten in der Beschreibung, kannst du anklicken. Oder... Oben rechts... Eine Kollegin von mir, ne? Kannste auch mal vorbeigucken. Ich hoffe nur, dass die halt bald mal... In Gange kommt mit den... Videos. Sie weiß auf alle Fälle Bescheid. Ansonsten noch... Andere Projekte kannst du mal vorbeigucken. Einfach aufs Bild klicken. Einmal Contrast und Far Cry 4. Und... Ansonsten wünsche ich dir eigentlich noch viel Spaß mit dem heutigen Tag. Und wir sehen uns morgen wieder um die gleiche Zeit... Mit Annas Quest. Und mal sehen, was uns dort erwartet. Ich glaube, da ist noch eine ganze Menge im Gasten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.